Ja, starker Cliffhanger. Bin ich tatsächlich auch dabei, weil du jetzt überhaupt nicht weißt, was passiert. Er will das Match auf einmal nicht haben, ist bei Mania. The Rock steht ihm gegenüber. Jetzt kann halt alles passieren, ne? Ich bin aber trotzdem immer noch... Ich weiß nicht, ob es die klügere oder die kluge Entscheidung ist. Weil das Ding ist, Cody ist seit Wochen und Monaten immer und immer wieder dann am rumerzählen, ja, ich will hier meine Story finishen, hat nach dem Sieg gegen Nakamura geschrieben, nur noch 2-2-Go-Rumble gewinnen und dann bei Mania den Titel abnehmen. Und irgendwie passt es irgendwie nicht zu Charakter von Cody da, den Platz zu schaffen, weißt du? Weil der muss ja immer wieder einstecken und immer wieder dann nochmal die extra Runde laufen und so. Jetzt hat er den Rumble gewonnen und jetzt will er dann... Ich weiß halt nicht, wo die jetzt gerade hinwollen. Weil Cody hat gesagt, er will das Match gegen Reigns, auch irgendwo ja um den Titel, aber nicht bei Mania. Also so hab ich das rausgehört. Du meinst... Achso... Ja, genau, also er hat ja im Endeffekt gesagt, ich komm für dich. Rumble, sieh ich, ist ja Mania-Spot, oder nicht? Mit dem Rumble earnst du dir doch den Mania-Spot und nicht den Titel-Spot, oder? So kannst du halt Rollins gegen... Cody. Ja, du kannst einen Titleshot raus... Du kannst halt jeden herausfordern, den du willst und dadurch das Main-Event bekommen. Ist nicht immer garantiert. Ich mein, ne, Orton damals Rumble gewonnen... Ist für WrestleMania, das meine ich. Ja, aber warte, Mania heißt ja nur, dass du Main-Event hast. Main-Event, das muss ja nicht zwingend im Titel sein, ne? Ja, genau, genau. Ja, aber ich gehe davon aus, dass, äh... Dass er dann jetzt Seth Rollins wählen wird. Dass er, äh... Dann Nacht 1 hostet, oder Main-Event im Sommer nicht, und... Bis wann musst ihr das announcen? Ja, eigentlich hat er nicht sogar gesagt, er announce es heute. Hat er ja. Ja. Eigentlich, ein Stück weit. Er hat gesagt, es wird nicht... Er kann ja auch auf Gunther gehen. Er könnte auch auf Gunther gehen, theoretisch. Aber das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Aber er hat ja announced, dass es nicht Roman wird. Roman ist nicht gegen Cody bei WrestleMania. Das hat er ja safe announced. Also ich weiß schon, was du meinst, ja, aber... Weil er hat gesagt, er wird ihm alles nehmen. Ja, und wie ist der erste Schritt? Rock da mit reinzubringen, weil Rock so ein bisschen... Vielleicht sogar eher als Head of the Table... Ja, aber Rock, wenn du das siehst, er wird ihm alles nehmen. So crowdmäßig und Family wird Rock sein. Aber ich sehe Rock nicht Titel. Cody will ja den Titel. Ne, aber das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Vielleicht bereitet der den jetzt auch vor. Der nimmt ihm jetzt erst... Der nimmt die... Mit The Rock nimmst du ihm schon mal die Crowd weg. Weil, ne, Rock wird immer mehr Chance haben als Roman. Weil es ist The Rock. Mit The Rock kannst du ihm aber auch die Family nehmen. Die Bloodline. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, genau. Nimmst du ihm jetzt Crowd und Family. So, und dann hast du ihn praktisch geschwächt. Damit hast du praktisch ihm schon mal zwei Nadelstiche gesetzt. Und hast du die zwei Sachen schon mal genommen. Das dritte, was du ihm dann nehmen kannst, ist den Gürtel. Ja, aber wann denn Gürtel? Ja, vielleicht Summerslam. Vielleicht, weißt du, was Kass wäre? Also, ich weiß nicht, ob es passiert. Es ist doch eine Woche nach Summerslam würde doch Roman den Rekord brechen, richtig? Den Hogan-Rekord oder was das ist. Ich meine, der Hogan-Rekord dauert so noch drei, vier Monate nach Mania. Also, ich glaube, das ist erst im April oder August irgendwo so, ja. Ja, aber das würde ja passen mit Summerslam ungefähr. Kann sein, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob es ist. Ich müsste gleich nochmal schauen. Bei Backlash in Frankreich. Backlash jetzt? Oren Rekord ist im September. Nein. Fino, genau das habe ich auch im Kopf gehabt. Aber ich habe es nicht so im Kopf gehabt. Ich habe es anders im Kopf gehabt. Aber da glaube ich nicht dran. Aber, also, ich hätte halt gedacht, so, keine Ahnung, Reigns gegen Orton beim Chamber. Und Reigns verliert das Ding entgegen Orton. Durch Eingriff von Rock. Nach Eingriff von Solo, Jimmy, was weiß ich nicht was. Dann wäre der Titel weg. Und Cody sagt, so, und jetzt gegen Randy. Ja, oder was ist denn, wenn die große Finish Your Story dann tatsächlich beim Summerslam passiert und Cody kurz vor dem Rekord von Roman ihm den Titel abnimmt? Weil dann kriegst du halt auch einen Wahnsinns-Pop für Cody, ne? Das ist ein Statement, wenn du dem kurz vor dem Rekord den Gürtel abnimmst. Aber wann ist der Summerslam? August, glaube ich, immer. Oh, A.W. Mit Bock habe ich jetzt Hoffnung, dass es Ende ist, so. Aber dafür musst du ja Titel vorher wechseln. Summerslam 2024 ist schon nicht fest, ne. Aber ich meine, er wäre immer im August. Es muss zwischen dem 6. Juli, wo Money in the Bank ist, und 31. August Bash in Berlin sein. Das heißt, es wird irgendwie 1. 2. August. Gut, und wenn im September den Streak von Horn bricht, wäre das halt... 3. August oder 7. Juli, 7. Juli? Jetzt ist halt die große Frage, also ja, so kannst du es ja theoretisch erzählen, was ich halt einfach nicht verstehe. Das ist aber das, was ihr, glaube ich, auch gesagt habt. Was zur Hölle macht denn jetzt Cody? Ja, also ich sehe Cody nicht bei Elimination Schammer. Ich sehe den da nicht irgendwie gegen Reigns kämpfen. Erstmal wurde Reigns gar nicht mal beworben dafür, dass er ein Match hat oder sowas. Und ich sehe auch nicht das, dass der den Rumble-Sieg holt und den Rumble dann ein... Das wird nicht passieren. Der Reigns wird bis Main ja kein Titelmatch mehr haben. Ist einfach so. Ja, Cody Seth könntest du machen. Also das wäre ja das, was jetzt tatsächlich noch... Jetzt wird halt Cody Seth wieder realistisch, ne. Am Montag haben wir noch gesagt, das ist total ausgeschlossen. Cody Seth ist jetzt halt echt realistisch wieder. Ja, also bei mir war es ausgeschlossen, weil wir da schon zwei Matches von gesehen haben und Rollins kläglich versagt hat gegen einen komplett kaputten Cody. Aber mit einem anderen Gimmick, ne. Ja, aber Rollins kommt jetzt aus einer Verletzung gegen einen fitten Code. Nee, nee, nee. Also Cody wird seine Story nicht finishen, weil The Rock ihm den Titel schenkt. Ich schenke ihm den einfach. Ja. Bin gerade gehypt, aber etwas zugespeiten... Achso, das hat sie schon mal... Das ist das, ne. Ich wollte gerade einfach Cody schenken, quasi den Rock den Spot und gebe das Trostpreis auf Seth. Seths Titel wird, so wie es rüberkam, nochmal als klare Nummer zwei dargestellt. Cody geht quasi auf Nummer zwei und The Rock eingefallen. Ja, ich finde es auch irgendwie so... Ich bin verwirrt gerade. Also ich bin super verwirrt. Ich fand das Endsegment cool, weil es irgendwo trotzdem überraschend war. Du bist erst mal froh, dass The Rock wirklich geil ist. Ich bin verwirrt. Ja, es ist jetzt gerade wieder ein cooler Schritt erstmal so. Also ich glaube, dass das so ein... Das kann halt jetzt viele Gründe haben. Vielleicht haben sie gemerkt, dass das Clashback von Rumble nicht so gut war, was Cody anging. Das war ja sehr, sehr zwiegespalten. Oder genau, die Verletzung darauf jetzt zu reagieren. Dann ist es halt ein guter Call. Aber es gibt ja ganz viele Ansagen. Es heißt ja mittlerweile auch, dass Punk eigentlich den Rumble gewinnen sollte und so Späße. Und das halt einfach dann halt geskippt haben aufgrund der Verletzung während des Matches. Was war die Pressekonferenz denn? Da stand gerade irgendwas mit Thursday. Kann sein, dass das auch jetzt... Da stand doch irgendwas mit Las Vegas. Ja, irgendwas mit Las Vegas. Vielleicht ist da einfach dann die Smackdown-Ausgabe oder so Las Vegas. Kein Plan. Das, was mich jetzt richtig abfacken würde, und das ist das Problem jetzt. Du hast halt so einen Hochkaliber wie The Rock. Der wird nicht jede Woche da sein. Und dann hast du jetzt die Storyline, die jeder sehen will. Und die wird jetzt nicht jede Woche fortgeführt. Das wird jetzt... Ich hoffe, dass die wenigstens noch jetzt zwei, drei Wochen dranhängen. Das liegt aber nicht. Also Road to WrestleMania, Rock Reigns, habe ich Bock drauf. Ja, save. Bei Rock sehr, sehr viel mit... Ich will diese ganzen verfickten zwei Monate jetzt diese Story. Aber ich will nicht dieses... Da stehen sich zwei Grimmige gegenüber. Das ist meine Kette, das ist meine Kette. Ich will diesen... Diesen Wichser-Rock haben, Alter. Der den bloßstellt. Der den lächerlich macht. Der den mit Videos so... Weißt du? So wie Reigns das gerade ein bisschen gemacht hat. Und man weiß ja, wie Rock das macht. Das will ich haben. Dass der den komplett auszieht, Alter. Am Mike. Ich glaube tatsächlich, dass du eher einen ernsthaften Rock kriegen wirst. Weil es halt einfach um die Family geht. Ich glaube, da wird viel, viel Realtalk betrieben. Wie er die Familie zerstört hat und gespalten hat und sowas. Ich glaube, sowas wird viel kommen. So, dass Jay sogar die Flucht ergriffen hat. Jimmy nur auch dasteht wie ein Clown und sowas. Ich glaube, das wird sehr, sehr viel... Ja, aber das kannst du ja mit reinbringen. Aber ich will dieses... Ich will Rock da drin haben. Und nicht jetzt so... Hollywood Rock wäre eine 10 von 10, Alter. Kann ja auch alle Ebenen haben, ne? Es kann ja auch irgendwie erst sehr viel Realtalk kommen. Und irgendwann trifft es dann halt so ein bisschen das mehr Humoristische oder umgekehrt. Also das glaube ich schon. Ich will einfach, dass Reigns was sagt wie gerade und Rock direkt drüber. Ja. Drüber rollt. Egal, was Reigns sagt, er wird immer drüber gerollt. Boom. 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 Ja. Aber mich stört der Titel da gerade. Naja, bin ich bei dir. Mich stört es auch, weil der Titel... Weil das Ding ist, wenn er den Titel hat, dann soll es auch um den Titel gehen. Weil es ist halt einfach das Main Event von WrestleMania. Und auf der anderen Seite, weißt du, wenn es um den Titel geht, dass The Rock den nicht holen wird. Weil The Rock ist halt nicht jetzt jemand, der dann plötzlich danach irgendwie ein mega Teilrun oder so hinlegt. Also dann hast du genauso ein Part-Timer da. Es fühlt sich gerade so einfach so absolut falsch an, dass er den Rumble gewinnt, sich in diese Ecke stellt, auf Roman Reigns zeigt und dann einfach in der nächsten Smackdown-Ausgabe fünf oder sechs Tage später sagt, ah, ich verschenke mein Sport. Alles gut. Ja, aber warte, das kann ja trotzdem heißen, ich habe einen Plan. Ich habe was im Hinterkopf. Ich wusste von vornherein, dass ich einen Plan habe, wie ich dir den Titel wegnehme und alles, was dir halt wichtig ist. Also für die Sequenz gebe ich den jetzt zwei Wochen. Wann ist der Chamber? Ende Februar? Zwei Wochen. So, dann will ich so ein bisschen verstehen, wo die hinwollen. Gerade verstehe ich es nicht. Chamber mit Frühstück dann, ne? Dass die mir erzählen können, wo das hingeht. Weil gerade, ich verstehe es gerade nicht, weil das hättest du eher bringen können irgendwie. Da waren andere Spots, die besser gepasst hätten. So, vielleicht geht es dann doch an den Verletzungen, so. Zumal du auch einfach wirklich gerade gar keine Ahnung hast, wohin geht es mit dem Chamber. So, welchem Titel geht es da? Oder welchen Spot geht es da? Welcher Number One? Also aktuell sehe ich gefühlt die wahrscheinlichste Lösung, dass im Chamber der Number One Contender für Gunther geklärt wird. Also ich sehe noch nicht Cody gegen Rawlins bei Mania. Das sehe ich noch nicht. Vielleicht zwingt er ihn auch beim Chamber aufzukreuzen, Storyline-Technik. Warte mal, was hat Cody gesagt? Er hat gesagt, das wird nicht beim Mania passieren, oder? Ja, aber er hat ja auch sozusagen gesagt... Er wird ihm alles nehmen, er wird den Titel holen, aber nicht beim Mania. Das heißt ja irgendwie schon, jo, The Rock wird nicht gegen mich gewinnen. Ich komme danach nochmal. Weil einen Zerfall kannst du halt auch nicht bringen, finde ich. So, imagine so, die erzählen dir das jetzt so. Rock gegen Reigns bei Mania, nicht um den Titel. Was schon irgendwie komisch ist. Aber Rock gewinnt das Ding und nimmt die Familie mit. Solo schließt sich ihm an. Jimmy schließt sich ihm an. Und nur Heyman bleibt bei Reigns und der steht als Gebrochener mit dem Lose. Kein Tribal Chief mehr. Und du schickst den dann so gebrochen in den Summerslam rein. Aber weiß ich nicht, ob man... Kein Plan, Alter. Aber grundsätzlich ist das für mich die einzige logische Erklärung wirklich noch, wo man sagt, okay, Cody sagt, ich verzichte aufs Main Event. So. Dafür kriege ich den Titleshot irgendwie vorab oder sowas bei Elimination Chamber und kann dann den Titel bei Mania verteidigen. Auch nicht im Main Event, weil Rock gegen Reigns ist unmittelbar oder unweigerlich auf jeden Fall das Main Event an Nacht 2. Aber du hast dann eventuell einen Cody, der den Titel verteidigt, Night One mit dem gegen MyFa1. Und dass er dann bei Chamber das Ding kriegt. Wie gesagt, ich glaube einfach nicht daran, dass der da noch seinen Titel verteidigen wird. Aber es ist für mich die einzige logische Erklärung und die einzig vernünftige Art und Weise irgendwie noch das Rock gegen Reigns Match halt irgendwie ohne Titel aufzubringen. Weil warum sollte The Rock sich da hinstellen und sagen, ich nehme Cody Rhodes das Titelmatch weg und hier geht es aber um die Familie. So, ich scheiße auf den Titel, ich will nichts mit dem Titel zu tun haben. Dann denke ich mir so, ja, kannst du das Match auch bei Chamber machen. Nicht, dass wir nachher beim Chamber sowas kriegen wie Rock gegen Solo oder sowas. Das wäre dann mein Ding gewesen für ein paar Wochen, dass er da sein Warm-Up-Match kriegt. Mit Jay gegen Jimmy und Solo. Mein Gedanke war tatsächlich, dass Jimmy und Jake in einer Nacht gegeneinander kämpfen, dass Solo und Orton gegeneinander kämpfen. Und dass Roman und Cody in einer Nacht kämpfen, also alles an der gleichen Nacht stattfindet. Dass dann praktisch diese Story wie jedes Mal erzählt wird, dann kommt irgendwann Solo rein. Solo wird aber von Orton diesmal aufgehalten. Dann kommt in dem Sinne Jimmy rein, dann wird der aber von Jay aufgehalten. Und so, dass Jay und Jimmy sich verstehen und die dann am Ende alle außer Solo auf Orton, äh, auf Reigns gehen. Und dann den Titel verliert und dann kannst du das irgendwie machen, dass da The Rock rauskommt oder sowas. Und das war mal ein bisschen mein Plan. Das, was Mehdi schreibt, ist das, was ich auch schon vor... Also das ist auch so das logischste Szenario für mich seit Wochen eigentlich. Dass Roman den Titel verliert beim Chamber oder so gegen The Rock. Aber dafür muss er da sein. Ja, ja, genau. Aber das war ja vor ein paar Wochen noch nicht klar, dass er nicht da ist. Aber da hatten wir das ja auch schon irgendwie im Kopf gehabt, ne? Chamber, The Rock kommt raus, Musik spielt oder sonst was. Jetzt ist er ja auch richtig involviert. Wenn du zurückholst und dem dieses Match gibst, Rock ist Mania. Ja, und genau. Und dann kannst du ja aber easy machen ohne Titel, Rock gegen Roman beim Mania. Das ist ja dann überhaupt ein Problem. Ja, natürlich. Aber das steht und fällt jetzt tatsächlich damit, ob Roman beim Chamber ist. Ja. Ich freue mich schon auf WWE 2K24, wenn ich meine Story finische, den Rumble am Ende hole, dann mich vor Roman Ren stelle und dann sage, Arthroove, komm her, ganze Titelschotter haben. Das ist dein Moment. Wie geil wäre das, wenn du bei 2K... Du fragst dich, warum du den GM verloren hast, Alter. Wäre doch geil, wenn du bei 2K, Finish Your Story Modus, Story Case Modus, dann einfach Arthroove dann spielst. Aber es hört sich doch so an, so, dass ich will den Titel haben, ich will den auch von dir haben, ich hole mir den auch von dir, ich werde dir auch alles nehmen, aber nicht bei Mania. Das heißt für mich aber auch, dass er nicht gegen Rollins geht, weil der wird dann nicht gegen Rollins verlieren, dass der Geschwächt in dieses, dass sie den Geschwächt in dieses Match reinschicken mit einem Lose gegen Rollins und die werden ihn nicht gewinnen lassen, weil du sonst wieder jemanden hättest, der beide Titel hält. Das macht auch keinen Sinn. Ja, und vor allen Dingen, es ergibt auch keinen Sinn, dass er sich den Titleshot erkämpft hat im Rumble. Roman sogar sagt, komm her, wir machen das Match, ich bin damit einverstanden, so nach dem Motto, er zeigt auch Richtung ihn alles Mögliche und dann nimmt er doch erstmal den zweiten Titel so, als Überbrückung oder was, das ist ja auch, also das wäre ja aus eigener Entscheidungssicht irgendwie komplett idiotisch. Die haben den ja gefühlt gerade erst vor drei Monaten getrennt, die Titel. Ja. So, und da packen die die jetzt nicht wieder zusammen. Ja. Also deswegen sage ich ja, ich sehe das Match Rollins gegen Cody nicht bei Mania, weil wenn Cody das gewinnt, hält er den Titel und danach gegen Reigns und dann hält er beide oder was, also, das wird nicht passieren und die werden ihn noch nicht verlieren lassen. Ich sehe Rollins gegen Cody halt nur bei Mania, weil ich irgendwie halt Reigns den Titel bei Cemba nicht verlieren sehe, aber wenn du mir das gibst, bin ich vollkommen fein damit. Dann glaube ich da auch, dann bin ich auch bei der Storyline, der geholt ist. Rockhosted Reigns den Titel beim Cemba. Ist, ist ein Titel, wird ein Titelmatch noch angesetzt beim Cemba, Reigns sage ich, er verliert dort den Titel. In Australien zu einer absolut unmenschlichen Uhrzeit für, für die Amerikaner. Weil anders, weil anders, anders sehe ich das gerade nicht. Aber so, so erzählt es halt auch mal, die PLAs außerhalb von Amerika ist spannend, ne? Das wird dann auch mal, wie oft sagst du, ja, das passiert ja nur in Amerika. Vielleicht ist das jetzt mal zu sagen, die PLAs außerhalb Amerikas sind unsicht auch. Wäre auch eine richtig fette Werbung für Frankreich und Deutschland. Safe.